Ja, moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu einer kleinen Infofolge auf meinem Kanal Wie immer dabei ist der Boogie. Moin. Moin Leute. Ja, wir wollten euch mal kurz darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich morgen nicht live kommen, also sprich Sonntag, da wir beim Tagama Club eingeladen sind. Die wollen so einen Abschieds-Stream machen. Auf der Goldcrest Valley wollen sie so einen Abschieds-Stream machen und da sind wir dann eingeladen und zusammen mit dem Paddy. Paddy ist auch eingeladen, der kommt auch vorbei und ja, freuen wir uns natürlich drauf. Boogie ist natürlich auch dabei. Ich bin auch dabei. Genau und was ihr euch, was euch da erwartet, ist natürlich auch eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob die Gamer Club da schon Infos rausgegeben hat oder nicht. Aber von mir, von meiner, gar nicht, okay. Dann von meiner Seite aus, ja, auf jeden Fall bleibt das eine Überraschung. Was wir dann auf der Map machen da, auf jeden Fall wird es spaßig werden bestimmt. Weil die haben sich ein bisschen was überlegt. da auf jeden Fall und ja, bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich selber weiß es natürlich auch nicht so richtig, was uns da erwartet, aber sind wir mal gespannt. Ne, Boogie? Genau. Ja, die Goldcrest Valley, die werden wir wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, sollten, wenn wir morgen Abend verkaufen, ne Boogie? Also, wenn wir es schaffen, dass wir dann quasi die vier, äh, Leute ermitteln, äh, fürs Finale am Montag, ne? Dass wir die dann morgen Abend dann ermitteln, die vier Leute, die dann weiterkommen. Das wird auf jeden Fall, äh, ein bisschen Arbeit werden, weil wir haben ja einiges zu verkaufen, auf der Map. Wir verkaufen ja alles, ne? Also, außer die Felder natürlich. Die Felder kann man nicht verkaufen. Ähm, alles andere werden wir verkaufen, ne? Sprich Fahrzeuge, Unterstände, äh, Geräte, alles was im Lager ist, Hackstitzel und so weiter, Wolle, wird alles zerkloppt. Ne? Und dann, äh, gucken wir mal, wie viel Geld wir dann am Ende zusammen haben. Und dann die nächsten vier Leute, die am nächsten halt, äh, an der Summe dran sind, äh, die sind dann weiter, beziehungsweise, äh, im Finale am Montag. Nach Montagabend um 20 Uhr geht's los, auf unserer Map Gold West Willi. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wird bestimmt sehr, 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 sehr spannend, auf jeden Fall. Äh, bin mal gespannt, wer das Rennen macht oder wer überhaupt, äh, den Gutschein gewinnt, äh, im Wert von 60 Euro bei GameStop. Und, äh, ja, auf jeden Fall seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen da, ne? Äh, wie gesagt, Montag 20 Uhr geht's los. Und, äh, ja, und dann starten wir dann langsam in den, äh, des 19 rein, äh, am Dienstag. Und, äh, aber wie, wie es da weitergeht, äh, werden wir euch nochmal, äh, informieren. Äh, ich denke mal, ja, morgen, ja, morgen, ja, morgen, spätestens Montag, äh, werdet ihr nochmal eine Info, Info rausgeben. Ähm, ähm, und dann, äh, werde ich mal ein paar Sachen dazu sagen, für eine Alice 19. Ich habe auch, äh, schon ein bisschen gehört, dass es ein bisschen Probleme gab, äh, beim Alice 19, aber, äh, ja, müssen wir mal gucken. Ja, wir lassen uns überraschen, als, äh, da müssen wir mal gucken, ähm, ich gucke mir also das Ganze erstmal an und dann sehen wir weiter. Ja, wie gesagt, also morgen auf jeden Fall, äh, beim Tagama Club heute Abend nochmal einen Livestream, äh, ja, und dann, äh, geht es dann langsam auch dann in die Endrunde. Äh, ja, so weit, so gut, das war es jetzt mal von unserer Seite aus, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen mal reinschauen würdet bei Tagama Club heute Abend, äh, sind wir auch nochmal kurz auf Knüppeln hier auf der Goldquist Valley. Und, äh, dann würde ich sagen, bis nachher und, äh, ja, habt euch wohl, knüppelt nicht so viel und bis nachher. Ciao, ciao. Bis nachher, Lutzer, ciao.